Ich habe wieder Besuch, mal wieder. Und wieder geht es um Nähen. Ich stelle erst mal vor, das ist Liz. Bestimmt kennen ganz viele sie. Ihr Kanal heißt Liz or Lissy. Und da nähst du auch ganz viel und du machst auch DIYs. Was ist so dein Schwerpunkt? Was würdest du sagen? Ich will viel mehr nähen, weil ich ja auch gelernte Maßschneiderin bin tatsächlich. Aber bei mir wird auch viel gebastelt, aber wenig gehandwerkt. Deswegen bin ich bei Liz zu Gast und wir handwerken ein bisschen und Liz zeigt mir wieder ein bisschen was zum Nähen. Und du hast es jetzt so ganz kurz nur erwähnt. Liz ist absoluter Vollprofi. Du hast was für eine Ausbildung. Eine Maßschneiderausbildung tatsächlich an der Oper in Berlin gemacht. Und im Anschluss noch ein Studium zur Kostümgestalterin. Letztes Jahr fertig geworden. Super cool. Also wir dürfen heute lernen von einem absoluten Vollprofi machen. Trotzdem was ganz leicht ist. Ein Anfänger. Das kann jeder. Genau. Ich will das jetzt zu Hause auch vielleicht noch mal machen können und ihr auch. Und Liz hat ja eine absolute Profi Maschine und alles. Ich habe trotzdem meine, sorry, meine Nähmaschine mitgebracht, damit ich das halt genauso zu Hause dann auch nachmachen kann. Genau. Wir nähen auch in deiner Maschine. Wir sind hier gerade in Liz ganz neuer gestalteter Dreh- und Nähe. Ja, dann hat mir geholfen mit diesem wunderschönen Hintergrund. Diese wunderschöne Wand könnt ihr jetzt gerade zeitgleich auf Liz Kanal sehen, wie die entstanden ist mit mir zusammen und guckt da gerne auch mal rein und wir nähen jetzt erstmal. Wir nähen jetzt. Ich stehe ja total auf diese komischen, ich weiß gar nicht wie. Poncho. Poncho ist aber eher so ein festerer Stock, oder? Das ist so ein, wollen wir es mal auf die Puppe hängen. So ein Kimono-Teilchen? Genau, so ein Kimono-Umhang, wie auch immer, wenn man was nennen mag. Der Schnitt ist super einfach, da hier kann man das noch mit so zwei Bändchen, die haben wir jetzt nicht, aber so Ärmel zusammen. Genau, aber am Ende ist es halt einfach nur so ein Umhang. Ich habe sowas im Sommer wahnsinnig gerne an. Ich habe das auch in mehreren Varianten und deswegen würde ich das total gerne selber nähen können. Es ist im Grunde nur ein Rechteck. Ja, also ganz lieb. Es ist wirklich nur ein Rechteck. Wir werden es gleich selber machen und zwar werden wir es machen. Aus einem dickeren Stoff. Aus einem bisschen dickeren Stoff, weil ich dachte, es soll ja für jetzt auch sein und es ist ja noch nicht besonders warm, deswegen nicht so ein ganz so ein leichtes Ding. Aber wenn ich weiß, wie es geht, werden im Sommer ganz viele von diesen Dinger gemacht. Bei einem Karostoff gibt es normalerweise sehr viel zu beachten. Oh nein! Nein, nein, nein. Wir haben nur ein Rechteck. Es gibt wenig zu beachten, aber ansonsten, wenn du aus einem Karostoff was nähst, das ist eigentlich schon so die hohe Kunst, weil du immer darauf achten musst, dass das Muster stimmt. Ja, okay. Alles klar, macht den. Also wenn du eine Hose zuschneidest, dass das Muster auf beiden Hosenseiten eben gleich ist. Da braucht es ein bisschen länger, aber wir haben ja nur ein Rechteck. Und es gibt einfach verschiedene Varianten, wie wir an das Ganze rangehen können. Du hast jetzt zum Beispiel ein Teil, was du schon fertig hast. Das heißt, wir können im Grunde uns den Schnitt angucken und übernehmen auf unseren Schnitt. Wenn du sagst, du willst ihn ein bisschen kürzer, ein bisschen länger, können wir halt da... Gerne ein bisschen kürzer. Also das ist jetzt sehr lange. Ich bin ja eine kleine Person, Liz ist eine sehr große Person. Man sieht das jetzt gerade sehr deutlich. Ich stehe hier so ein bisschen. Nein, mach dich nicht klein, mach dich nicht klein. Ich hasse es, dass ich so ein großes bin. Ich werde aber kleiner. Er wäre doch froh. Ich mache jetzt so. Aber irgendwas zwischen uns wäre perfekt, glaube ich. Ich hätte so eingekriegt. Also entweder man übernimmt es einfach so, wie man es schon hat, wenn man den gleichen Schnitt haben will. Wichtig, wenn du sozusagen einen Schnitt machen möchtest, gibt es verschiedene Varianten, das zu tun. Ja, okay. Du kannst entweder einen fertigen Schnitt kaufen. Okay, also ein Schnittmuster kaufen. Oder du hast, wie jetzt zum Beispiel, schon ein fertiges Teil und nimmst davon den Schnitt ab. Dann kann man selber einen Schnitt konstruieren. Das ist ein bisschen aufwendiger. Ja. Also bei so einem nicht unbedingt, weil die Konstruktion besteht im Grunde darin, ein Rechteck zu konstruieren. Also, ne, das kriegt man auch hin. Oder man kann Schnitt drapieren. Das wäre dann was? Das wäre dann quasi mit dem Stoff, also mit einem Probestoff im besten Fall, an die Puppe zu gehen und sich den Stoff eben dann der Puppe so zu drapieren, wie man ihn später haben möchte. Wir werden vielleicht von Liz noch viel, viel, viel lernen. Wir fangen jetzt ganz langsam an für mich und für euch auch, die ihr ja wahrscheinlich auch gerade erst anfangt. Ansonsten gibt es bei dir natürlich auch ein bisschen advancedere Anleitungen. Wenn da jemand bei euch dabei ist, der schon ganz viel kann, viel mehr als ich, dann guckt bitte bei Liz. Ansonsten auch gerne kommentieren, was ihr wissen möchtet, dann machen wir dazu ein Video. Oder dann gibt es bei mir ein Video oder je nachdem, wie es halt kommt. Also, der geht mir jetzt hier fast bis zum Boden, das heißt, er soll auf jeden Fall ein bisschen kürzer werden. Das ist jetzt unsere Anprobe sozusagen mit dem Probeteil. Du kannst mir mal sagen, wie weit du es haben möchtest, das Anprobe teilen. Ich würde es ehrlich gesagt ein ganz schönes Stück, also so Mitte-Oberschenkel vielleicht. Mitte-Oberschenkel, so bis hier, da haben wir die Länge. Und auf der anderen Seite übertragen wir es dann halt genauso. Von der Breite bist du so zufrieden? Willst du es gerne? Also kürzer glaube ich nicht. Das sieht, glaube ich, komisch aus, oder? Also wenn wir höchstens ein Stück länger vielleicht. Maximal 10 Zentimeter vielleicht, ne? Ja, sowas. Gut, dann rechnen wir die nochmal mit dazu. Okay. Und das sind im Grunde schon die Maße, die wir brauchen. Also wir haben, dadurch, dass wir eben dieses Teil haben, könnten wir hier von der Schulter mal runter messen. Mhm. 70 Zentimeter und nach hinten dann auch 70 Zentimeter nochmal. Okay. Also brauchen wir insgesamt eine Länge von 140 Zentimetern. Ja. Und die Schulterbreite sozusagen in diesem Fall, also es wird ja, wie gesagt, das eine Rechteck, können wir uns nochmal auf den Tisch ausmessen, damit es eben nicht so leiert. Aber da wären wir bei 60 Zentimeter ungefähr. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie breit unser Stoff überhaupt ist. Ja. Ich vermute 1,40, 1,50 breit. Mhm. Hier wurde der Stoff abgeschnitten. Ja. Und hier ist die Webkante. Also das ist sozusagen, ähm... Ach doch, das habe ich schon mal gehört. Genau, die ist dann immer irgendwie so ein bisschen anders, ne? Genau, das sieht man ja. Das hier einfach sozusagen der Stoff befestigt wurde oder die Fäden befestigt wurden und dann wird der Stoff gewebt. Ja. Und der Fahnenlauf bezeichnet sozusagen, also die Kettfäden sind diese Fäden. Mhm. Ich weiß nicht, hast du schon mal gewebt? Nee. Auch nicht. Also nur mit so einem kleinen, als Kind, so ein kleiner, ja, ja, ja. Aber das Prinzip ist das teilt. Ja, ja, genau. Da hast du einmal so und dann mit dem Schiffchen gehst du... Ja, genau. Genau, das sind die Bezeichnungen. Also du hast im Grunde die Kettfäden, die du dir vorher spannst. Okay. Das sind die Kettfäden. Ja. Und mit dem Schiffchen gehst du da durch, das ist dann der Schussfaden, der immer so hin und her. Ah ja, das habe ich auch irgendwann schon mal gehört. Genau. Und so ist eben dieser Stoff auch gewebt. Wozu muss ich das mit diesem gewebten, also mit dem Kett und dem Schussfaden wissen? Warum ist das wichtig? Das ist wichtig sozusagen, wie du deinen Stoff zuschneidest. Also klar kannst du den Stoff auch anders zuschneiden, aber in der Regel schneidet man, also verläuft der Fadenlauf mit dem Kettfaden. Mhm. Man kann auch einen schrägen Fadenlauf nehmen. Das wäre dann im 45-Grad-Winkel. Das sieht man hier sogar ganz schön, ne? Das ist dann diese Linie hier tatsächlich. Und wenn du im 45-Grad-Winkel zuschneidest, ist der Stoff wesentlich elastischer. Ah. Also in diese Richtung und in diese Richtung. Wenn du in diese Richtung, ne, es passiert kaum was. Mhm. In diese Richtung passiert auch kaum was. Also je nachdem, ob du einen Elastananteil drin hast oder nicht. Wie gesagt, wenn du schräg zuschneidest, ist es wesentlich elastischer. Okay, jetzt können wir mal gucken. Rechte, linke Stoffseite. Oft sieht man es halt einfach, okay, wo ist das Muster stärker irgendwie, wo ist das Muster schöner. Man kann auch an der Webkante direkt gucken, die Kettfäden quasi, oder dass die Webkante von unten nach oben aufgepiekst wird. Das heißt, da, wo das Loch kleiner ist, ist dann die rechte Stoffseite. Aber ich bin ehrlich gesagt ein Fan davon, guck dir die Stoffseiten an. Und welche schöner ist. Und entscheide einfach, also welche du schöner findest. Beziehungsweise in unserem Fall sind beide Stoffseiten ja zu sehen. Genau, deswegen habe ich mir den Stoff auch ausgesucht, weil die linke Seite ist der rechten halt sehr ähnlich, ne? Und dann manchmal hat man so Stoffe, da ist die rechte halt schön und die linke aber super hässlich. Und das geht halt für sowas nicht, weil man ja das innen sieht. Deswegen ist der ganz gut. Also bei der würde ich jetzt wirklich sagen, wir können es uns aussuchen, aber es ist wirklich fast identisch. Also er liegt jetzt sozusagen einmal doppelt im Stoffbruch. Und dann können wir uns einmal die Breite abmessen. Ja genau, die Stoffbreite ist das. 74,5 ohne Webkante. Die 70 vorne, die 70 hinten müssen wir so messen, also in diesem Fadenlauch, also mit dem Fadenlauch sozusagen. Und das ist unsere Breite. Das heißt, im Grunde haben wir nachher hier in dem Stoffbruch unseren Schlitz für den Hals und also bis zur Hälfte sozusagen hoch. Das heißt, wir messen jetzt die 70 Zentimeter, die wir brauchen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir jetzt den Abschluss machen. Also wir wollen ja das Ganze einlagig verarbeiten. Wir könnten rein theoretisch das ganze Ding verstürzen und eben noch mit einem Futterstoff arbeiten. Ah, okay. Gut. Das machen wir aber nicht. Wir haben eine Stofflage draus. Wir können es einschlagen und dann nähen. Wir könnten es zum Beispiel auch einfassen. Also dafür nimmt man in der Regel einen Schrägstreifen. Also das heißt, man schneidet aus dem Stoff ein schräges Band zu und fässt die Kante damit ein. Und ein schräges Band eben genau aus dem Grund, weil es elastischer ist in diese Richtung und sich das Band dann dementsprechend besser um die Kanten auch legt. Okay. Das ist uns jetzt aber zu aufwendig. Also mir zu aufwendig. Gut. Ich bin fachig und ich will die einfachste Variante. Die einfachste Variante. Also die einfachste Variante ist wahrscheinlich tatsächlich, ne die ganz einfachste Variante wäre, die Kante einfach abzuketteln. Also einmal, ne, kann man auch ruckzack dicht drumherum nähen. Das hätte ich jetzt wahrscheinlich gemacht, wenn ich dich nicht hätte. Deswegen machen wir das nicht, sondern geben uns ein bisschen mehr mit. Ein bisschen mehr. Also sowas zwischen einfassen und zwischen ketteln. Okay. Gut. Sehr gut. Deswegen, dann würde ich vorschlagen, schlagen wir die Kante ein und nähen drüber. Ach, und die klappt man dann zweimal um? Genau. Man klappt es zweimal ein. Also man kann es genau einschlagen und kann dann drüber nähen. Es gibt auch spezielle Nähfüßchen. Das habe ich tatsächlich für meine Nähmaschine. Wie sehen die aus? Und zwar ist das so ein, ja, Kantensäumer in dem Sinne. Und der rollt die Kante relativ schmal von alleine schon ein. Also du steckst den Stoff da so durch. Und dann rollt sich das zweimal ein und dann kannst du direkt drauf fliegen. Also du musst selber gar nichts machen, also nicht selber umschlagen, oder was? Wir fangen jetzt auf wirklich die Oldschool-Variante. Beziehungsweise ist es ja nicht Oldschool, das ist ja so, wie es jeder normalerweise macht. So ist es ja auch gelernt. Weil mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat. Genau. Nochmal zur Erklärung, also mit dem Fadenlauf zuschneiden. Das heißt, der Fadenlauf geht immer von hier nach hier quasi. Und das heißt, diese Strecke wird jetzt unsere 140, 2 mal 70 hatten wir. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Nahtzugabe. Genau, wie viel braucht man da? Kommt drauf an, wie breit wir einschlagen. Also wir können so ein bisschen, bei dem inneren Teil müssten wir relativ klein einschlagen, weil wir da nachher so eine kleine Rundung nähen müssen. Das heißt, das macht sich besser, wenn man einschlägt und eine Rundung nähen will, dann spannt das hier irgendwann. Okay. So vielleicht einen halben Zentimeter. Also na gut, das ist jetzt schon eher ein Zentimeter. Also ich glaube, du kannst bei dem Mintpfanne-Strich abschneiden. Bei dem dunklen oder bei dem hellen? Schneid ruhig hinter den Hellen ab. Hier, zwischen den beiden. Okay. Und ich schneide hier auf der anderen Seite nochmal die saubere Kante ab. Okay. Und jetzt nicht doppelt zu schneiden, sondern schneid wirklich einfach die erste Lage zu. Und dann die zweite Lage, weil hier wäre dann wieder wichtig zu beachten, dass es alles direkt aufeinander liegt. Und da es jetzt nur eine gerade Linie ist, kannst du einmal die eine Seite und dann die andere Seite zuschneiden. So ein bisschen kann man immer einfach drauf achten, dass irgendwie die Muster einhalten. Einigermaßen... Auch ein guter Tipp. Sowas würde ich auch wieder einfach komplett vernachlässigen, glaube ich. Wir haben es jetzt fertig zugeschnitten. Also unsere 1,40er Länge. Und jetzt können wir, weil das Ganze wird ja übergeworfen, das heißt hier vorne haben wir zwei Teile und hinten haben wir ein glattes Rückenteil. Ja, hier bis zur Hälfte einschneiden. Okay. 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 Beim Schneiden, ganz wichtig, du kannst ruhig die komplette Schneidfläche nutzen. Du schneidest jetzt ja so knapp, knapp, knapp und dadurch entstehen manchmal so Dinge. Genau, ist jetzt bei dem Stoff nicht so dramatisch, das ist jetzt auch ein sehr grober Stoff, da kommen hier so die Fete raus. Aber dann hat man weniger Unregelmäßigkeiten. Genau, wenn du die komplette Schneidfläche ruhig mutig nutzt und einmal so schön nutzt. Mutig ist immer schwierig, wenn man was neu macht, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Wir haben ja beide festgestellt. Ja, ja. Jetzt kann die Nadel auch raus. Ja. Und jetzt können wir das Ganze dir mal überwerfen und schon mal gucken. Okay. Also wir hatten gesagt, bis hier so vielleicht... Sowas genau, meinst du? Ja. Okay, dann würde ich sagen, orientieren wir uns einfach an dieser Linie hier. Ja. Und übernehmen das auf die andere Seite genauso. Rein theoretisch könnten wir jetzt hier so ein bisschen noch eine kleine Rundung ausschneiden. Ja. Ja, lass uns das lieber machen. Ja. Einfach weil wir ein Halsloch haben. Mhm. Das ist einfach ein bisschen und außerdem haben wir nachher, wenn wir es einschlagen, auch nicht so das Problem, dass wir hier so jetzt genau diese Ecke einschlagen müssen. Ach so. Ich zeichne es jetzt ziemlich dick an. Dann gibt es einen Trick, den die Handschneider auch immer sehr gerne anwenden. Okay. Okay. Sich das nämlich auf die andere Seite zu kopieren, also schön eine dicke gerade Linie zu machen. Okay. Und dann das Ganze nochmal zusammen zuschlagen, übereinander legen und jetzt kann man sich ganz leicht... Ja, aber man sieht es. Ja. Sehr gut. Und ich würde sagen, wir schneiden jetzt einfach anhand dieser Linie so ein bisschen... Einfach nur, dass es ein ganz leichter Übergang ist, damit wir es besser legen können. Dann können wir anfangen, die Kanten einzuschlagen. Und ehrlich gesagt, mit diesen Nähfüßchen, was ich habe, geht es halt super schnell. Mit diesen Kanten ist es so, es ist eigentlich tatsächlich so, wir müssen halt erst die eine Kante immer vorbügeln und dann rumbügeln. Okay. Also wir können uns das entweder halt hinbügeln und dann heften oder eben stecken, aber wir stecken jetzt wahrscheinlich nur. Und das Ganze einmal rum, ne? Das Ganze einmal rum, genau. Also einmal umbügeln machen wir und dann bügeln wir das zweite auch um. Wir müssen mal gucken, wie sich der Stoff verhält. Also Wollstoffe lassen sich immer sehr schön bügeln. Mal gucken, was der dazu sagt. Sehr gut. Dann wird gebügelt. Und das Ganze macht man dann noch ein zweites Mal? Einfach damit die Kante jetzt hier nicht mehr auspflanzen kann, weil sonst liegt die ja offen hier auf der Seite rum. Und wenn man jetzt hier nur einmal durchnäht, kann die halt immer noch auspflanzen und durch das zweimal einschlagen, ist die halt komplett gesichert. Und sieht auch irgendwie ein bisschen netter aus. Ja. Fürs Nähen würde ich es aber trotzdem nochmal so mit ein paar Nadeln einfach feststecken, damit es sich nicht verschiebt zu doll. Wir haben jetzt die Kanten gebügelt und gesteckt und das nähen wir jetzt gleich. Genau, das wird jetzt knappkantig genäht. Und dadurch, dass wir es gut vorgebügelt haben, hält es ja schon ganz gut, ne? Ja. Was heißt jetzt knappkantig in dem Fall? Woran orientiere ich mich? Ist das... Du musst mal auf dein Füßchen gucken. Ja. Ich setze es mal kurz ab. Wenn du hier nähst, einfach mal auf die Innenseite von diesem Teil gucken. Also dass diese äußere Kante an der äußeren Kante dieses Füßchens ist. Aha, okay. Also achte ich drauf, dass die Nadel in der Mitte von dieser Kante ist oder nicht? Nee, schon auch eher am Rand. Eher am inneren Rand. Genau, eher am inneren Rand. Wenn man schön langsam näht, das geht ganz gut. Das ist es auch hier. Jetzt kannst du die nächste Nadel schon rausziehen. Meditativ. Sinnvoller ist immer, die Nadel eigentlich so zu stecken, dass du sie rausziehen kannst. Genau. Denn der nächste, ja. Aber jetzt stecken sie gerade an. Das sieht super gut aus. Gott, so viel Konzentration am Abend jetzt hier. Es ist ja schon einfach spät. Wir haben schon so viel gemacht. Schon viel geschafft, ey. Die erste Kante ist geschafft. Oh Gott, hilf mir. Ja, eine kleine Schiefe noch. Oh Gott, ich drehe das gerade um und denke so, oh Gott, ich habe voll Schieb genäht. Aber hier geht es eigentlich nicht. Kein Mensch guckt am Ende da genau drauf. Nein, kein Mensch. Und ich, das ist jetzt mein, wir haben es noch gar nicht gesagt, das ist ein Rollsaum. Und in einem Rollsaum verstehe ich irgendwie immer noch einen ganz fein, kleinen, schmalen Saum. Ja. Aber ja, es ist zweimal eingeschlagen halt. Naja. Man sieht hier jetzt auf der Seite halt ein bisschen so was. Das ist aber auch die schlimmste Stelle hier. Und es ist halt auch gemein, weil du hast einen Kabelstoff und wir haben uns jetzt für einen dunklen Fahnen entschieden. Ja. Und hier ist nur mal die helle Stelle. Das ist nochmal viel. Das ist nicht deine Schuld. Ich dachte, ich habe hier voll das einfache Anfängerprojekt und dann stellt sich heraus, das ist doch jetzt alles gar nicht so einfach, wie man dachte. Also hier muss man wirklich sehr, sehr, sehr genau arbeiten. Ich muss zugeben, es ist auch ein bisschen einfacher tatsächlich, wenn man von der Seite näht. Also wenn man es unter der Maschine so hat. Du hast ja noch ein paar Seiten zum Versuch. Wir haben jetzt noch ein paar Seiten offen. Wir probieren das mal. Was du vorhin noch gesagt hattest, es gibt noch so eine andere Methode, die man auch anstatt des Steckens machen kann. Aber ganz ehrlich, man muss schon ein bisschen geübt sein, dass man das dann so gerade hinkriegt. Man kann halt auch einfach, also wir nähen halt erst die vorderen Kanten, also die vorderen und die hintere und dann die Seitenkanten und diese innere Kante. Und man kann im Grunde auch dann das unter der Maschine immer Stück für Stück einschlagen und dann nähen. Also das ist wieder genau die Sache. Nicht faul sein. Gut gebügelt ist halt. Genät ist der Spruch. Also bügel dir die Kante gut vor und dann steppst du einfach drüber. Und dann, es dauert zwar ein bisschen länger, aber es wird dann auch schöner am Ende. Ja. Wir machen das jetzt noch zwei Stunden weiter. Dann sehen wir uns schon voll die Lust verloren. Ich bin total motiviert. Komm, komm, komm. Nein, ach komm, das schaffen wir jetzt auch noch und dann seht ihr das Endergebnis. Genau. Wir sind fertig. Ja. Wir haben jetzt einmal drum herum genäht. Also am besten ist es wirklich, wenn man mit den vorderen Kanten anfängt, die einmal umschlägt und näht und dann die hintere Kante umschlägt und näht und dann genau diese, die Längsseiten und eben auch diese mittlere Seite. Und hier bei so einer Rundung muss man immer ein bisschen kleiner einschlagen, weil sonst das ist sehr spannend. Okay. Du siehst hier, es spannt schon auch ein bisschen. Ja. Aber hier kann man nochmal drüber bügeln und dann ist es auch. Gut, kleiner einschlagen heißt genau, dieser Umschlag muss ein bisschen schmaler sein. Genau. Okay, gut. Ein bisschen schmaler, weil sonst kann man schwer um die Ecke nähen. Das spannt ist da halt so ein bisschen. Okay. Aber da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen. Und bei den Ecken ist manchmal auch so ein bisschen eine Herausforderung. Wir haben sie jetzt einfach so übereinander geschlagen. Genau, weil wenn ihr hier näht, dann steht hier am Ende so was ab so ein bisschen. Manchmal, wenn es sich so rausschiebt. Genau. Und das schlägt man dann einfach so nach innen rein. Einfach mit einschlagen und drüber nähen. Und dann in die andere Richtung weiter. Genau. Eigentlich total selbsterklärend. So sieht das jetzt aus. Genau. Und es ist jetzt ein bisschen kürzer natürlich als dieses. Es ist ja unglaublich lang und das ist jetzt so. Von hinten sieht das so aus. Schön. Wie ein kleines Cape. Genau. Und ich, ich stehe total auf sowas. Ich finde sowas ist immer, wenn man keine Lust auf ein Pullover hat und irgendwie einfach so was rüber überwerfen will. Ich finde es eigentlich ganz cool tatsächlich auch, wenn man es irgendwie so nur hier vorne mit einem Gürtel tragen würde. Genau. Das kann man natürlich auch total machen. Das ist ja auch ganz cool. Und das kann man jetzt in allen möglichen Varianten, Längen und so weiter wie man möchte. Also im Grunde super einfach tatsächlich, aber ein bisschen Fleißarbeit. Genau. Ein bisschen Fleißarbeit. Da habe ich die Fleißarbeit tatsächlich schon wieder unterschätzt. Ich dachte, ach easy peasy Projekt und dann am Ende ist es halt doch viel Arbeit, weil man sehr genau arbeiten muss auch und so. Ja. Ein bisschen. Aber es schult auch sehr. Genau. Gerade, knappkantig. Genau. Perfektes Projekt dafür. Genau. Und nächste Woche machen wir dann aber wirklich ein easy peasy Projekt. Ja. Absolut. Ein Klamottenupcycling. Ohne Nähen. Ohne Nähen. Also man kann den, man muss aber nicht. Genau. Wir werden es wahrscheinlich nicht machen. Klamottenupcycling mit Liz gibt es nächste Woche und da seid ihr bestimmt alle wieder dabei. Auf jeden Fall. Bestimmt. Tschüss. Ciao.